Hallo, herzlich willkommen dort, der spielt Hart of Darkness. Ja, ich habe ja schon mal hier ein Spiel schon. Und, äh, ja, das bedeutet, dass wir dort am, dem, kommenden Speicherpunkt, weil ich will, aber, naja, okay. Das wird jetzt nicht einfach, weil ich muss jetzt hier, äh, ja, ich meine, die zweite CD jetzt erstmal reinmachen, oder? So, jetzt mal ein bisschen. So, hier ist die zweite CD. Und, vielleicht zeige ich euch jetzt die erste CD. Okay. Hey, was starten. Also, das ist ja wirklich hier, Paul bei Econ, okay. Nicht, dass ihr ja merkt, ihr wisst, ist die deutsche Verfassung, also alles wie sehr deutsch. Ja. Okay. Nr. Fischer, dass man an einem Fall nicht fliegt. Da muss man auch aufpassen auf die Schatten. Die Schatten muss man auch aufpassen. Das passiert mir immer wieder, wenn man die Technik spielt. Gut! Ah, die Treppe nicht. Ja. und bei der wenn sie sich an ich habe er hat er hat die Berndungen ich glaube nur da war mit einer Höhen Techniker Gottverdacht die Fücher Gott ich hatte diese Fücher okay 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 ok 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 Oha Lava Fertig ist das was ich hatte ok ok ja also so einfach aber das ist ja ich kenne diese komische Fieder also da muss man obfassen weil das Ding schon hier ok ok jetzt muss ich erstmal warten hier ich bin ich bin ich 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 bin ich bin normal und ja ok d ja so schon wieder die Viecher er hat aber 3 aber jetzt muss er es mal hier verdammten Viecher alle ausreichend aber ja und als mir erwischt ja das ist die 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 Prozent aber ja nicht da 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 immer wieder etwas ja ja Ah, das ist alles. Ok, ich mache das gleiche. Sicherheit geht vor. Ok. Dann mal auf Start drücken. Ok. Ah, scheiße. Schau mal ein an. Fuck. Ok. Ah, das hat sie an diesem Scheich wie hier. Ah, nochmal. Ok, ok, ok. Mal. Mal. So was. Ah. 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 Nicht darunter gehen darf man. Wie? Ah, das ist nicht darunter. Ah, das ist nicht darunter. Mal. Mal.